Ich muss zwar nicht die Zelle so drehen können. Ah, verdammt. Na ja, dann haben wir wenigstens beide im Leben verloren. Das ist auch eine coole Idee gewesen, dass wir da einfach auch so ein Realsilm welche genommen haben. Und liebe Fortnite-Kiddies, wir meinen den Realfilm aus den 90ern. Nicht den Michael Bay-Skrott. Hm, war auch eine gute Idee. Jawoll, da ist er weg, da ist er weg. Nein! Chaco-Time! Hit! Hey guys! Hey ha! Perfect timing. Hey ya! Nein, ich weiß nicht, dass ich einen D-Biden. also erst lieber fertig machen jetzt schon er liegt schon ein bisschen schwächer aus perfekt hat geklappt es kommt nur noch rocksteady wir wollen so viel energie hat man nicht mehr gehabt wenn wir ihn gerade kurzer spielt weil wir auch ja das leider verpasst ja 54, 53, äh 24, 53 Treffer Hier geht's richtig ab, hier gibt's richtig was auf die Mütze An den kann ich mich auch kaum erinnern Hier geht's 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 I love it I love it I love it Da 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 da. Hier muss ich jetzt draufhauen immer. Ja, hier geht's richtig gut. So geht's ab. Ja, ich komm später auch noch nach Fortnite. Ja, jetzt sind wir noch hier die Welt am retten. Ja, hier geht's. Oh, ne Pizza. Ich bin ja jedes Mal in die Welt. Ja, da ist er wieder. Und das hat gereicht. Ja, ich bin schon direkt hochgesprungen und hab ihn noch eine verpasst. Sehr gut. Oh, da ist die Pizza. Oh, da war das Blech. Metalhead! Ja. 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Na, das wird eng hier. Na, jetzt kriegt er, jetzt. Sag, er ist weg. Und jetzt kannst du ihn gerade kurz ersetzen. Ja, das ist gut. Das hat doch gefruchtet. Das hat richtig gefruchtet. Der ist weg, der ist weg. Ich habe jetzt noch mal die hälteren Attacken ausgepackt. Ja, ich auch. Aber er blinkt schon mal ein bisschen. Der hat nicht mehr viel, der hat nicht mehr viel. Alter, der schleudert mich hier rum, ey. Der nutze ich als Spaceboot. Da habe ich aber so richtig was dagegen eigentlich. Zeit, der ist weg, der ist weg. Der Sieger. flieger auszeichnung ja ich wollte ja darüber ziehen habe ich einmal darüber gesucht hätte ich vielleicht nicht in dem level mehr letzte bei bbop und rocksteady vielleicht noch geschafft aber nicht bei denen und das ist kaputt naja was soll doch irgendwas zu melden noch mal ein bisschen footclank kloppen da kommt sie nicht dran nein nunchuck party oh heute hat er wieder die attacke hinter einem noch wollen jetzt gibt es die jacke voll zu spät jetzt muss ich speziell ja aber zu spät ich bin natürlich wieder voll dran aber hier kann ich dir wenigstens auch helfen mit einem stück pizza kann ich dir aushelfen aber das immer auch hier super attacke ist auch für zwei drei sachen noch gehabt ja was heißt dass ich jetzt einfallen ich glaube da drauf eigentlich kaputt Das schreibt ihn aber auch, das will ich lieber als der ganze Flammschau ist, so. Ja, da kommst du jetzt nicht hin, oder du stehst ganz in der Ecke. Ja, ich hab's mich erwischt. Und natürlich wieder genau in der Mitte. Ja, du hast ja noch zwei liegen. Ich schau dir nicht, ob man das macht. Ja, ist ja okay, ist ja kein Problem. Oh, das ist der Scherpfehlern scheint auch immer. Na, dachte ich an der Tappenwende ist jetzt noch weniger. Na jetzt, 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 jetzt. Jetzt drauf. Ja, ja. Die Jacke voll bekommen. Na dann sowas von. So, was ist jetzt, was ist jetzt, was ist jetzt? ich glaube das wird ein win es gibt ja manche die heißen mark und dann muss mark markus magnus magnus markus magnus mark genau kenne ich alle namen cornelius eine goldene strike ich sitz schon wieder ich traue mich nicht alleine wo es sei noch beim gelben haus wenn die grüße landen wo ich dann wenn du mal hingehen ich mach ich brauche nur blutze ich mach alles schmeiß jemand granaten ja ich seh ich seh ich seh es sind zwei deine klettert da hoch da hochgeklettert da habe ich dennoch gesehen der andere ist keine ahnung da sind zwei drinnen glaube ich weiß nicht zweimal ich will flex nach immer wenn ich nicht auf die gegner kucke gewinne ich bin ich auf die gegner kucke verliert immer ich mag und keine runde ja immer wenn ich kevin her muss ich an kevin kiesel stehe